An sich wäre ich noch für eine Runde bereit. Boah, das wäre dann die letzte. Danach wird Dead by Daylight gezockt. Ja, den Kram könnte er alleine spielen. Das hast du ja auch gar nicht. Ich bin nicht so brutal und so. Ich bin nicht so brutal. Inwiefern ist sich Verstecken von einem Killer zwangsweise brutal? Man kann ja auch den Killer selber spielen. Okay, aber wir sind zu zweit. Man simuliert... Kaya kommt gleich nochmal dran. Wie krank muss man denn... Dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, den Killer zu spielen. Oder den Überlebenden. Oder, oder, oder. Es gibt nur zwei. Es gibt eigentlich nur zwei. So. Mit zwei hier Dingens. Du weißt schon. Zwei Rollen. So, mal sehen wir welche Custom Map. Ist die geile Musik. Gibt es eigentlich auch Fritze da bei dem Spiel? Äh, wer ist Fritze? Harman? Nein. Aha. Ah. Nein. Oh, schau. Harman ist ja kein, äh, kein Filmkiller. So ist er nur Filmkiller? Ah. Gibt nur Filmkiller. Ich glaube, alle anderen Sachen wären auch ein bisschen problematisch. Warte, warte. Als Videospiel. Äh, ja. So, Jeffrey Dormer. Wir sind ja nicht ab 18. Nee. Äh, bü, 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 bü. Aka, aka, aka. Bü, 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 bü. Okay, es ist wieder eine... ...interessant aussehende Merk, würde ich sagen. Die Musik ist zumindest interessant. Ich weiß nicht, äh... Äh, komm schon, wie viele Sachen muss ich noch laden? Bei mir steht nicht, dass er lädt. Ist das richtig? Äh, weiß ich nicht. Also, bei mir lädst du. Das sieht auf jeden Fall sehr, äh, wassrig aus. Stimmt, bei dir laden ich. Sonst kannst du auch nochmal hier auch wieder rausgehen und dann lade ich dich nochmal neu ein. Hey, den Song hatten wir, glaube ich, auch mal in einer anderen Web, oder? Ah, und das weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten den schon mal. Willkommen! Hallo! So, wo ist der Begrüßungskeks? Ich sehe keinen Begrüßungskeks. Wo ist der Begrüßungskeks? Welcher Begrüßungskeks? Ja, man kriegt auch... Oh, das... Aber ich sehe schon wieder diese, äh, Piranha-Pflanze. Ja, hole in one! Die Piranha-Pflanze, die da hinten schillt. Ja, stimmt. Oh, Mario-Pflanze. Du-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub. Hold in one. Jo. Neidaria, wo bleibst du? Ich springe hier gegen die Wand. Aber bin hoffnungslos. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Sag mal! Oder mit dem Ball, in diesem Fall. Sind die Schläge denn hier so scheiße? jetzt muss wohl der letzte vom winter sein so leule, was kommt als nächstes? Corners V Version 1 könnte man halt immer noch Monoban machen können, aber naja man soll jetzt, man kann auch ein Paar machen ja ein Paar es ist ein Paar ah, schade das ist doch Karma wie liege ich denn hier jetzt? hallo hi hi ich möchte eins deiner Überraschungseier haben hey, was geht ab? wir feiern nicht die ganze Nacht, weil wir streamen wir feiern gar nicht doch, klar feiern wir ja, aber wir feiern, also wir feiern durch streamen okay, eigentlich streamen noch nicht mal wir die ganze Nacht, du vielleicht, aber ich äh was? na gut, die ganze Nacht geht auch nicht, äh, Pushes muss ja morgen wieder arbeiten ja, deswegen sag ich ja, du streamst vielleicht die ganze Nacht, aber selbst ja, selbst das geht ja nicht, wie gesagt ja ich, äh, ich muss ja morgen auf, äh, auf Hund aufpassen Hund Cleo Deo ist denn das so ein scheiß Loch? leck dich gerade? wenn, sag mal also lecken mit Doppel-G nicht lecken schlucken leck dich gerade so, das wäre ne seltsame Frage hey, leckst du gerade? hey ja da muss da nochmal sag mal sag mal, verpieselt ihr euch da jetzt mal aus meiner Bahnrichtung? gar nicht ah, komm schon Zimmer ah, finally oh Woodleaf Valley Hole in One oh okay, das ist interessant oh, 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 da hab ich mich rauskauterpultiert hu, hu, hu komm schon, Baby, komm schon nein da war sie was war das mit Schlag? ich bin schon yes ich bin auf der Insel nein yes so nein double okay double 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 the gun, double the fun ja double gun fun double gun have a break have a KitKat oh, KitKat darauf hab ich mal wieder Lust ja kannst ja zum okay, jetzt kannst du jetzt gerade nicht weil heute Sonntag ist und du streamst aber geh morgen mal zum Supermarkt, ne? mhm oder zum Kiosk je nachdem, wo du deine KitKat her bekommst ne das schreib ich meinem äh, meinem Schatzi einfach mal auf die Wunschliste für, äh, Einkaufsliste für die Wunschliste und dann ne? ne? also die Map nicht dass du Sabrina auf die Einkaufsliste schreibst oh interessant du schreibst das ja, ja, ja nein ich habe concerning War schon 포 hihihi ehihihi ah, komm wuhh ahihihi haaah haekuna matara wieso bist du varieties zum Beispiel architecture he CBS gute Frage he mit diesem Spruch sag ich gern ok haekuna matara Ich glaube wir sollen ins Wasser oder so weiter. Was war das denn? Da müssen wir drüber springen. Nein, müssen wir nicht. Was ist der Plan hier? Ah, ich verstehe. Glaube ich auch. Was ist der Plan hier? Was muss ich tun? Ihr müsst gegenüber gegen dieses schräge Ding. Gegen dieses Holz Ding. Gegenüber? Durch den Wasserfall durch das Holz Ding. Ah, ich sehe schon. Okay. Und dann müsste er in diesen Baumstamm da rein. Ich komm schon. Das geht dann automatisch. Komm schon, komm schon. Ja, geschafft. Ja. Finally. Warum habe ich den Tipp gegeben? Weiß ich nicht, aber dank dem bin ich Zweite. Noch. Wieso wurde ich jetzt gerade gefresst von dem Viech? Wie? Ach. Na komm schon. Wieso? Nur weil man ein bisschen zu weit ist? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ah, geschafft so. So, jetzt schafft es auch. Nein. Was? Oh. Jetzt hast du es geschafft. Ja, ich bin wieder ausgehüpft. Ich war drin und bin wieder raus. Entschuldigung. Nein. Das ist nur meine Erkenntnis. Nicht Corona. Nicht der Rona. Nee. Nee, nicht Carola. Oh. Wurde getestet. Wurde getestet. Ach, recht. Jo. Nice. Ich bin ein sehr negativer Mensch. Ja, das wissen wir nicht. Ja, das merkt man. Nicht. Aber das Gute ist, man sieht meine neue Haarfarbe. Ja. Himmel. Nein. Ach komm. So, jetzt auch geschafft. Ey, du warst ja ein zweiter Zero. Ja. Da kam diese eine Map, wo ich einfach zu wenig Schwung hatte oder auch zurückgesetzt wurde. Nein, 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 nein. Hallo. Hallo. Kajota. Kajota. Ach so. Hi Kaya. Hi. Bist du schon mal hier für die... Ah ja, mit dir. Ähm. Was? 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 Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Nein. Mit mir hast du noch ein Wörtchen zu reden? Ja, Kaya. Dann schieß los. Bin wir jetzt grad hier. Was? Mach Himmel, meine Zeit ist sehr stark begrenzt. Okay. Hä? Das war ein Scherz. Eigentlich nicht, aber... Eigentlich nein. Ja. Morgen wieder, aber sonst nein. Äh, warte kurz. Verwechsel ich gerade mit Digi oder fand ich gerade deine Stimme nicht wirklich? Ja, ich bin der große Unbekannte. Oh. 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 Okay, ja. Du hörst dich einfach nur anders an. Äh. Mein Fehler. Ja, das kommt davon, weil ich meine Hormone nicht genommen habe. Ja. Toll. Weißt du, das hätte so schön klappen können, ne? Weißt du das eigentlich? Nein. Was soll ich wieder gehen? Nicht du! Nein, nicht du, sondern jemand anderes. Oh. Aber man darf... Oh. Ey, ich hab mir nämlich ehrlich mal die, ähm, Evil Dead-Reihe angesehen. Ja, warum? Und? Also die ersten zwei Teile. Und, ähm, den zweiten gab's leider nur auf Deutsch. Aber, äh, sehr gute Teile. So oder so. Aber die deutsche Übersetzung des zweiten Teils war... Ja. Meh. Also, wenn dir das... Wenn dir das, äh, gefällt, dann schau dir mal... Es gibt ja auch eine Serie, die heißt Ash vs. Evil Dead. Also auch mit dem originalen Schauspieler. Du bist so ein kleines, mieses Ding, ne? Ja, Bruce Campbell, genau. Die ist lustig, die ist Action. Also, ich, die finde ich richtig, richtig gut. Ja. So, wir sind schon hier wieder... Es ging schon weiter. Was solltest du dir mal antun? Bei Gelegenheit. Joa. Joa. Mach ich vielleicht auch mal. Ja. Also, nee, so, ich bin gerade in the game. In the zone ein bisschen. Ja, ich seh. Ich seh's. Ich bin... Was? Noch führig. Ah! Ich bin dir ja ganz nicht auf den Fersen. Deine Mutter. Nee, die nicht. Wah! Frisch, das hat mich einfach überfahren. Gehört er nicht. Überfahren? Er hat mich nicht überfahren, sagen wir es so. Och komm schon. Ey, das ist so geil, weil Frisch das so trocken hält. Deine Mutter. Danke. Du hast mich besser hingelegt. Ja. So, jetzt auch. Nee, Gleichstand. Und rein mit mir. Schön. Jetzt soll ich kurz hochkommen? Ja. 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 Apple Jam. Okay. Wah! Was? Ach, nö. So'n Loch ist es schon wieder... Was? Okay, na gut, das geht irgendwie noch. Ja, komm schon. Das geht in die Hose. Das geht in die Hose. Und rein. Ich warte etwas sehr hoch. Nee, aber ich weiß gar nicht, Diggy, hast du die Walking Dead, ja, Evil Dead Filme auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Nehmen wir noch gleich Stand. Ich hab's da auf Deutsch gesehen. Ja, zum Beispiel... Äh, in dieser einen Szene, der... Also, ich hab ja die deutsche Synchronik gerade gelobt. Also, die finde ich bei Evil Dead 2... Sag mal! Du Arsch! Teilweise ziemlich doof. Ja. Du Arsch, ey! Zum Beispiel, sie haben in der einen Szene, nachdem Ash sich halt, äh... zurecht gemacht, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Haben sie ja statt Groovy, ähm... Wir kommen übersetzt. Was? Okay, gut, ich muss dazu sagen, ich hab's schon länger nicht mehr gesehen. Also, ich mein, original... Also, in Deutsch heißt es ja Tanz der Teufel. Genau. Und der zweite Teil... Ja, jetzt wird noch mehr getanzt, aber... Jo. Und der dritte Teil ist dann Armee der Finsternis. Genau. Wobei... Den hab ich noch nicht gesehen. Tatsächlich, äh... Wusste ich bis vor gar nicht, als so lange Zeit gar nicht, dass der dazugehört. Beziehungsweise, dass es ihn gibt. Ich schätze, dass ich nicht immer g MIKE... Nee, eher. Ich glaube, es sind komplolan. Gein... Ja, das hier resseraut.